Siemens, das Unternehmen, das Joe Kaeser leitet, ist nicht irgendein Betrieb. Siemens steht mit seiner Größe und seiner Geschichte in der Welt auch für Deutschland. Mit dem im Hintergrund, Herr Kaeser, was haben Sie sich bei Ihrem Freundschaftsbesuch in Moskau zu diesem Zeitpunkt gedacht? Also zunächst einmal, dass dieser Besuch ja schon sehr lange geplant war und dass wir uns von kurzfristigen Turbulenzen in unserer langfristigen Planung auch nicht übermäßig leiten lassen. Kurzfristige Turbulenzen, das meint das Weltereignis des russischen Eingreifens in der Ukraine, des, wenn man so will, Diebstahls der Krim, der internationalen Krisen. Da ist Turbulenzen ein Ausdruck, der die Sache künstlich klein machen will. Ach, das glaube ich nicht. Wenn Sie sehen, dass Siemens bereits seit 160 Jahren in Russland ist, so haben wir in dieser Zeit auch eine ganze Reihe von Herausforderungen gemeinsam gemeistert und auch einige Chancen gemeinsam ergriffen. Insofern meine ich, ist es gut, wenn man im Dialog bleibt und dann auch die Dinge, die einem im Weg stehen, miteinander bespricht und nach Lösungen sucht. Wir berichten immer wieder aus Russland, wie in der Innenpolitik, wie in den Medien, wie in der Kunst, wie in Prozessen und in der Außenpolitik, von Putin die Zügel angezogen werden. Und Sie reden heute in Moskau von einer Wertegemeinschaft. An was für Werte ist da gedacht? Sicher nicht nur in Dollar und Euro. Nein, das ist der Wert, den ein Unternehmen auch für eine Gesellschaft erbringen kann, indem es dazu beiträgt, dass eine Volkswirtschaft sich gut entwickelt. Das fängt von der Energiepolitik an, geht über die Infrastruktur bis hin zur Gesundheitsversorgung. Dass Sie segensreiche Produkte bauen, will ich in diesem Gespräch ganz sicher nicht abstreiten. Die Frage ist, wie man sich gegenüber Russland im Moment verhält. Und da ist Ihr Besuch eindeutig ein Zeichen gegen alles, was im Moment von Merkel bis Obama, von NATO bis EU und OSZE gegen und mit Russland unternommen wird. Sie besuchen da ein Land, das im Moment niemanden mehr hat, der im Weltsicherheitsrat auf seiner Seite abstimmt. Und es gibt konkrete Gründe dafür. Also im Grunde besuchen wir unsere Kunden und wir haben in unseren Kunden Vereinbarungen getroffen, die wir natürlich auch einhalten. Das schließt ja auch nicht aus, dass wir das Primat der Politik nicht respektieren würden. Das machen wir selbstverständlich. Aber wir setzen auf Dialog, wir setzen auf Verständigung und wir setzen auch auf langfristige Entwicklung der Gesellschaft und damit eben auch diese Werte. Herr Käser, Ihnen kann nicht entgegen sein, dass Sie mit dem heutigen Besuch konterkarieren, was die gesamte westliche Politik im Moment versucht aufzubauen, nämlich eine Kulisse, die Russland sagt, es gibt ein internationales Verhalten, das nicht toleriert wird, für das ein Preis bezahlt werden muss und das Russland ändern sollte. Haben Sie auch darüber mit Herrn Putin gesprochen? Wir haben auch darüber gesprochen, das ist vollkommen klar. Wir haben darüber gesprochen, dass eben Werte in der Welt zu respektieren sind. Ich habe Herrn Putin auch deutlich gemacht, dass wir das Primat der Politik als Unternehmen, das an einer langfristigen Entwicklung mit allen unseren Kunden interessiert ist, das selbstverständlich respektieren. Und im Übrigen, wenn ich heute die Kommentare auch einflussreicher Altbundeskanzler da so bewerte, fühlt man sich nicht besonders allein. Im Übrigen haben Sie sicherlich auch gelesen, dass gerade eine Weltraummission unterwegs ist mit zwei Russen und einem Amerikaner. Auch dort setzt man auf langfristige Entwicklung der Beziehungen und der Stabilität miteinander. Wir haben im Moment Anlegeprobleme, die Astronauten. Vielleicht ist das ein Symbol für andere. Ein weiteres Symbol war mit Ihnen im Raum. Der Eisenbahnchef Russlands, den Sie persönlich mit Sicherheit gut kennen, der gehört zu den 20 Glücklichen, die jetzt nicht mehr in die EU und nach Amerika reisen dürfen. Er wird mit Sanktionen belegt. Sie unterhalten sich mit ihm und schließen im Idealfall Geschäfte mit ihm ab. Das passt doch nicht zusammen. In erster Linie schließen wir Geschäfte nicht mit den Menschen ab, die zu einer bestimmten Zeit zufällig Unternehmen leiten, sondern mit den Unternehmen als Ganzes. Und da sind Einzelpersonen in aller Regel zweitrangig. Ist es Ihr unternehmerisches Kalkül, dass Sie diese kleine Turbulenz einfach mit Kurshalten überwinden können, wie eine Diesel- oder Elektro-Lok von Siemens? Und am Ende wieder genauso gute Geschäfte mit Moskau machen können, ungestört, und sich dort als treuer Freund auch in Krisen bewährt haben? Ist das das Ziel? Es geht ja weniger um Kalkül und schon gar nicht um Populismus, sondern es geht darum, dass wir langfristige Beziehungen auch honorieren und versuchen über den Dialog die Verständigung nach vorne zu bringen. Haben Sie die Bundeskanzlerin vor Ihrer Reise informiert, dass Sie in Moskau diesen Termin haben? Die Bundeskanzlerin haben natürlich vorher informiert und dort auch keine Widerstände irgendwelcher Art erhalten. Wie lange haben Sie im Vorzimmer heute auf Herrn Putin warten müssen? Also das ist, glaube ich, im Durchschnitt dessen, was man üblicherweise tut. Wir hatten eine knappe Stunde Wartezeit, aber das nimmt man gerne in Kauf, wenn es dazu beitragen kann, die Verständigung auch nach vorne zu bringen. Und am Ende auch wieder gute Geschäfte mit Russland zu machen? Zunächst einmal geht es um den Dialog nach vorne, dass wir die Dinge, die wir miteinander vereinbart haben, auch nach vorne bringen. Hier geht es ja nicht nur um politische Auseinandersetzungen. Es geht auch darum, dass wir einem Land und seinen Menschen dort Arbeitsplätze und Perspektiven bieten. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.